Wir sind für ein sofortiges Ende der Wolfsromantik und für eine geregelte Entnahme. Südtirols Bergwelt mit ihrem dichten Netz an Wanderwegen und bewirtschafteten Almen ist kein geeigneter Lebensraum für Großraubwild. Mit der Zahl der Wölfe steigt seit Jahren auch die Zahl der qualvoll gerissenen und verendeten Nutztiere rapide an. Die Bergbauern werden mit ihrem Schicksal und mit ihrem existenzbedrohenden Problem alleine gelassen. Wenn der Schutzstatus des Wolfes nicht gelockert wird und keine wolfsfreien Zonen ausgewiesen werden, dann stehen viele Kleintierzüchter vor dem Aus. Anstatt ständig mit dem Finger nach Rom zu zeigen und über fehlende Kompetenzen zu jammern, wäre es Zeit, dass unsere Parlamentarier endlich Fakten schaffen. Wir wollen, dass Südtirol selbst entscheiden kann, ob und wann wir einen Wolfsabschuss genehmigen. Dafür stehen wir.